Hallo, ich bin Christoph. Ich habe vor ungefähr drei Monaten die Instant-Change-Anwendung gemacht und ich muss sagen, seitdem hat sich mein Leben vollständig geändert. Ich habe einen neuen Job bekommen. Er ist einfach zu mir gekommen, mein Traumjob. Es bildet sich ein Mitarbeiterteam, das absolut ideal ist. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, meine Träume zu erfüllen, von denen ich erst dachte, sie sind unerfüllbar. Insbesondere hat sich seit der Anwendung das Gefühl von Armut und die Angst vor Krankheit komplett aufgelöst. Ich habe keinen Mangel mehr und mein Arzt hat mir bestätigt, dass ich komplett gesund bin und eigentlich nie wieder bei ihm auftauchen sollte oder zumindest nicht so bald. Instant-Change hat viel verändert. Instant-Change arbeitet insbesondere auf der Ebene des Verstehens. Wie wir uns selber sehen, wie wir die Welt sehen. Und es macht einfach Spaß. Das Leben macht viel mehr Spaß jetzt als vor der Anwendung. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, was jetzt noch alles auf mich zukommen wird. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, was jetzt noch alles auf mich zukommt.